Genau vor der Panzer. Ich habe auch sonst keine Hobbys. Wenn einer mal irgendjemanden... Falls ihr mal jemanden braucht, der mit euch spielt und die Panzer aufspürt, nehmt doch mich! Glaub. Hallo zusammen, wir begrüßen euch hier auf... beim Battlefield 4. Let's Play. Dabei ist der Zocker-Papa. Gude. Und der Muldisash. Hallöchen. Und ich, der Filikado. Und wir spielen jetzt auf der Map Servot 311 und spielen Eroberung. Ja, mal schauen wie es läuft. Warum heißt das eigentlich 311? Was hat das zu bedeuten? Wie sind wir das? Die 312 war ausverkauft. Die 300 gab's nicht mehr. Deswegen 311. Weißt ja, wir wohnen hier auch in Deutschland 510, ne? Was? Wir wohnen hier in Deutschland 510. Ach so, ne, ne, ne. Ich wohne in Hessen. Das ist was anderes. Das ist 0810. So, da lädt sich aber ganz das Savot 311. Das ist häufig die 311. Brauche ich schon lange, will? Bis die Blätter geladen sind, was? Was für Blätter? Gibt's ganz viele Bäume mit Blättern. Das ist... Oh Gott, das wissen. So, ich spiele Aufklärer. Was wir im Eroberung spielen, ich spiele keine Aufklärer-Spieler. Ihr seid schon drin. Ich spiele erstmal Sturmsoldaten mit der... Puh, mit was spiele ich denn? Ne, ein Pionier wieder. Was war meine Waffe? Ja, ja, ja. Ziemlich viele Fahrzeuge hier wieder, das ist... Ja, das würde ich ja gern Pionier, was spiele ich? Ganz tolle Schottflinde und... Da spiele ich für eine Waffe. Ähm... MX4 spiele ich wieder. Jetzt habe ich jetzt 3,4er-Visir drauf. Und hier muss man sich für jede Waffe auch noch die ganzen Visiere freischalten, einzeln. Ja, das ist das Problem. Das kommt mit den Kills dann nach und nach. Oh, wie ist das? Wenn ihr bei mir spawnen, vor uns sind welche? Ja, bin ich. Die Map? Oje. Da kämpfen die immer auf dem Dach. Da stehen da die Lieder auf der Straße rum hier. So lange sind wir bei uns rauf. Oh, das gibt Fahrzeug. Der Riturdo, der Riturdo, der Riturdo, der Riturdo, der Riturdo, der Riturdo geht ja hoch, der Riturdo. Ja. Wo ist Fahrzeuge? Ja, ja. Und auf der Map habe ich schon die Fahrzeuge. Ach, das ist ja ein gegnerisches Fahrzeug. Hab ich schon mal gehärtet? Ja, ich auch. Ich stehe davor und ich denke... Wo soll ich jetzt hin? Ja, jetzt bin ich tot, weil der Aufzeige ist. Der stink-sägelische Stink-Arsch-Zank da. Ich bin auch so ein kurzer Tor. Ach, wie erobern. Oh, Fahrzeug zerstört. Alter, ich brauche nachvollen. Oh, ähm. Ich gehe jetzt bei eh raus. Das ist mir zu gefährlich bei dir. Kann wohl ich sag, das stirbt mir immer so leicht. Also nicht leicht. Ich bin da wieder im Geschick. Ja, wieder im Griff? Wo bist denn du? Ist du C? Ist das C? Ah, ich war C, ja. Ich wollte es einnehmen eigentlich. Aber es ist keine Chance. Der hat mich sofort geholt. Hier bin doch mal da. Hier stehen so viel Panzer rum und kann schon kein Panzer benutzen. Was ist denn da los? Ja, die sind alle leicht weg. Ja, ja. Bis jetzt. Bis Willen. Ich bin jetzt ein Panzer-Leveler hier. Das ist gut hier oben. Ich wollte es noch nicht oben rumzuschießen, aber. Ja, Scheiben hier sind im Weg. Ich habe einen gesehen. Ich habe bis jetzt keinen gesehen. Ich habe bis jetzt keinen gesehen. Alter, wir haben eine Granale hier aufgefahren. Oh. Boah, ne. Ich komme hier gar nicht zurecht. Hier war doch keiner. Wo ist denn der jetzt schon wieder hin? Kann doch nicht wahr sein. Boah, ich verliere dich so schnell auf den Augen, ne. Das Beste ist, dass ich graue Anzüge an habe und ich nichts sehe. Ey, du blöde. Ja, natürlich. Mit der ACE 150 CQB. Was ist denn das für eine Bezeichnung von der Waffen? Was ist denn da? Gibt es immer so Spezialisten-Waffen, die, was weiß ich. Ich schweige da fünfmal eine drauf. Ich muss ja unbedingt was tun mit der MX-4. Gidi, du bist aber echt mutig. Du stehst da echt wie... Gell? Ja. Du stehst da richtig auffällig. Das habt ihr nicht gesehen. Ich habe mich erschreckt vor dem Kompressor. Komm schon mal beim Rekord. Du bist da. Beim Rekord. Und dann komm ich raus und schlepp mich wahrscheinlich gleich wieder. Okay. Ne, wir haben hier einen Panzer. Wir sind hier, glaube ich, ziemlich safe. Ähm. Wir haben alles nur verloren, irgendwie. Bei meinem Glück fährt der Panzer noch über den Kopf drüber. Ich kenne doch mein Glück. Ich gehe mal... Oh, feindliche Panzer! Da kann einer kein Nuss mehr mal fliegen. Ey, das kann nicht wahr sein, ey. Jetzt hatte ich den schon im Visier, wo ich auf der Knopf drücke drückt, gerade auf die Maus. Hat mich den Panzer weggeholt. Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Aber was ich halt auch empfehle wird, ähm... Ich bin ja doof. Wenn ihr das habt, einen Schalldämpfer. Das ist unglaublich, weil die Map hier ziemlich gut gestaltet ist und ziemlich deutlich ist. Ähm, achten halt sehr viele auf die Minimap. Und wenn ihr da mit dem Schalldämpfer dann antanzt, dann sehen die euch nicht. Und das hat mir jetzt schon, glaub ich, öfters mal... ...mein Leben gerettet. Ja. Weil ich mich halt auch irgendwo anschleichen kann, ohne dass gleich alle mich angucken und sagen... ...Hein, wo Sascha! Wir wissen, dass du da bist! Ich schleiche mich an den Stepp trotzdem. Ähm, irgendjemand habe ich gerade gerettet. Ja, die zwei sind tot hinter dir sogar, Papa. Ha, Mann! Die hab ich! Ähm... Da fällt die ganze Zeit ein L.O.V. fährt hier die ganze Zeit rum. Es geht noch ein bisschen auf die Be-Waste. Sind alle bei, äh, ja. Bei D. Alle bei was? Unser Panzer. Sind alle bei D. Bei D? Ja, da bin ich auch gleich. Bei D bin ich ja... Da stehe ich ja nebenan. Das sind bei C. Die Vontagehalle. Achso, ne, C sind wir, genau. Geh mal da runter, aber wenn es mein Tod ist. Hab ich überlebt? Echt jetzt? Komm auch runter. Da ist einer im Gang. Ich kriege ihn nicht tot. Ich hab einen Nack gehabt. Da ist einer an der Tür. Ey, mit der Waffe kann ich fünfmal schließe? Ich treffe sie nicht. Vier Stück. Vier Stück. Vier Stück kommt runter unten. Jetzt hat mich einer gemeldet. Ey, das ist so eine Kackwaffe. Genau, bleibt da. MX-4 ist doch beschissen. Ne, Nahkampf nicht. Alter. Oh, sie kommen gleichzeitig rein und wissen genau, wo wir sind. Danke. Ich war sofort tot, wo ich geswommen bin. Ich könnte nicht mal schießen, richtig. Ja, fünf, sechs Mann. Die gab mir da jetzt unten. Scheiße. Wir drehen, wo ist ein Panzer? Ja. Bei E. Ah, der ist weg. Wird's mal machen. Ah, ich dachte schon, muss er ja. Da. Da. Ähm. Wir würden sagen, wir gehen mal zu C, oder? Gucken wir mal, ob wir die gute Situation haben. Hm, 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 hm. Ah, ne, da ist gerade einer an mir vorbei. Ah, nice. Die kommen jetzt alle zu D? E, glaube ich, ja. Meins auch. Zu C, oder was? Ja, C. Ich markiere das Zeug einfach mal, weil ich bin Squad Leader. Irgendwann. Ich kann das markieren. Da seht ihr so grüne Pfeile drumherum. Hast grüne Pfeilchen denn? Doch, im C ist das grüne Pfeilchen. Ja, grün ist das aber bei mir nicht. Bleulich. Ja, du hast den Fahrblindenmodus an. Richtig. Dann bleulich. Dann halt bleulich, wenn du dann zufrieden bist. Musst du hier runter. Und den Punkt, gell. Da kann man ja rübergehen und zu annennen. Nichts Punkt ist da. Ja, da gehen wir auch durch, aber das ist nicht so safe. Erst mal C, oder? Jetzt legst du sie erstmal ein, nehmen wir erstmal Punkt runter. Ja, genau. Jetzt suchst du D gleich mal markieren, bitte. der sprung da ist das wort macht doch noch schief an wir haben schon sind da einige wo kann ich dann hier weiter laufen hier ich gehe mal hier hin und hoch das sind so unsere gäste hier bei c jetzt haben wir auch noch ja jetzt bei C ich bin bei D, bei C bin ich ja gar nicht bei D wie Dora bei D wie Charlie so, den genommen wo gehen wir hin? ist noch was, ah, ah ah, hast du angemacht, hast du markiert ja, das war außer sehen, das ist, wenn ich markieren will A, C haben wir, ne C verlieren wir, ich probier das hast C, dann markier C ja, bin schon dabei, das funktioniert nicht so optimal es gibt richtig Kohle Punkte für alle, ja wo sind die denn? ich seh die nicht da muss ja irgendwo einer sein, ich kann das dann nicht einnehmen sonst still geht's wie hin ist der irgendwo? erledigt von Multisash achso, ich hab schon grad gesagt, ja was, erledigt von Multisash? standest du bei Eber oder was? ne, da ist nicht mehr bei uns da ja, du bist im Gegnerteam wer? bin rüber gesprungen worden, wie geht das denn? ja, wir müssen noch ein Squad gewesen, wie geht denn das? ja, das ist manchmal so, das ist, ähm genau, unser Squad ist ja noch Platz ähm oh, hinter mir hinter mir äh, ich weiß ich du bist auch tot ne, doch ne, ich kill dich grad ne, hab ich nicht ja, das ist gut, ne steht beide da steht beide da steht beide da, ich bin tot du nicht ja, ich will, ich hab es nicht rüber gesbalenzt das ist doch auch scheiße hm erstmal wechselt man denn die Mannschaft, weißt du das? ähm, du kannst auf Escape Team Setup und links ist dann die Flagge dann kannst du auf Team Wechsel gehen achso dann kann ich bei dir nicht beitreten, wohl wie sagt achso, jetzt kann ich achso, was war denn? ich war in der Ecke, die kommen da von unten mh mal hinter uns das denn ja, Hilfe bei kill 99 und die kommen runter wie runter, ich bin oben ja, ich hab keine Ahnung ich seh leider nicht in der Abschlusskamera ob das jetzt Feinde oder Freunde sind wo ta runter ist, ja witzig ich mach Team Wechsel Russ und dann bin ich wieder bei US Und dann sagt er zu oft gewechselt, warte ein bisschen. Okay, dann... Was für ein Schwachsinn. Das ist manchmal switcht, das ist, ähm, weil du der letzte Warsch, wo draufgekommen ist, oder was weiß ich, was die für Gründe haben. Ich verstehe es auch noch nicht so ganz. Verpiss ich jetzt, hat er an der Kralat geschmissen. Oh Gott! Nee, nix mehr, hier ist auch... Ich auch nicht. Wegen Autobuyers können die mich nicht drüber nachdenken. Siehst du was? Sehen nix mehr. Na ja, klar doch. Dann mach ich euch halt fertig. Dann markier mal, dann markier mal D. Markier mal D, 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 D. Du hast uns fertig, das geht aber nicht. Und dann habe ich dich mit RPG gekämpft. Ich sehe nix, ich sehe nix. Das ist alles so neblich hier. Ich seh gar nicht, ich weiß gar nicht, wie es hier lang geht. Ich seh nix mehr. Oh, hier fällt gerade ein Gebäude zusammen. Oh, genau, wie schnell er... Hey, ich verstehe es nicht. 58 hat er noch, krass. Unlogisch gerade gewesen wieder. Muss außen rumgehen. Na gut, bleib am Leben genauer. Ja, ich muss außen rumgehen, weil ich hab nix mehr gesehen da unten. Es war ja nur ein Neppel da. Neppel. So, da ist es jetzt wieder besser. Ich gehe wieder runter. Bin es unheimlich einigermaßen am besten durchzulaufen. Oh, Panzer. Natürlich. Oh, Panzer. Das ist immer gut. Ich laufe genau vor der Panzer. Ich habe sonst keine Hobbys. Wenn einer mal irgendjemanden... Falls ihr mal jemanden braucht, der mit euch spielt und die Panzer aufspürt, nehmt doch mich. Und Sascha, ich bin da bei dir. Schön, ob du bebleibst. Wir haben mal ein bisschen aufgeräumt. Hab gedacht, das muss mal wieder sein. Ja, warum? Hinter mir! Oh Gott, er steht da und wartet bis wir hochkommen. Ist ein LEW, oder? Der DEV hilft schon wieder. Ach komm. Wie spielt denn er? Das sind vier, fünf Mann. Das kannst du gerade vergessen. Neben dem Panzer. Ich muss jetzt doch mal ein bisschen aufräumen hier. Jetzt so weitergehen. Oh, ihr leckst doch am Arsch. So. Lass du mich immer vorhersehen, ja. Okay. A verlieren wir zwar, aber es ist egal. Das kriege ich eh nicht eingenommen. C, 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 C. Gehen wir zu B. Beim Panzerli. Mit uns D noch. Markiert, dann markiert B. Ja, ich bin schon da. Was, dann markiert? Geht manchmal nicht, wenn ich Doppel... Ne, wenn ich da bin, ich muss dann erst wieder raus. Es geht manchmal nicht mit dem Doppelkuh. Das ist ganz, ganz komisch. Du musst genau drauf sein. Meistens wärst du dann auch schon den Rücken geschossen, dass du das verkehrt hast. Ja, mit dem... Mit dem... Mit dem Ziel, ja. Mit dem Ziel, ja. Ach, das wollte ich doch gar nicht markieren. Ach. Jetzt hast du D markiert, ist aber gut. Genau. Ja, wohl A haben wir auch nicht mehr, aber ich glaube A... müssten eigentlich unsere Kollegen jetzt da hinten machen. Guck mal mal. Komm, gib mir jetzt mal diesen Punkt bitte. Und das ist... Manche zu mir im Panzer kommen, wenn du eventuell sterben möchtest. Wenn ich sterben möchte, soll ich zu dir im Panzer kommen. Ich weiß ja nicht. Jedes Mal, wenn wir zusammen im Panzer sind, dann sterben wir. Ja, wir sind halt die Spezialisten hier. Wir sind halt die Spezialisten hier. Ihr Panzerknacker. Ich schreibe auch zwar. Ich schreibe hab ich mal hier weg. Ja, wo ein Pocketer? Und der erst noch so 2 Fuzzis? Ich find ihn halt. Hier flugt. Oder was? Höchstwahrscheinlich. Ich probier jetzt grad mal hier ein bisschen mich durchzuschlängeln. Wenn einer schießt doch nicht, schweiß mir nicht woher. Ich werde auf jeden Fall nirgends hier reinfahren mit dem Panzer und versuchen das einzunehmen. Weil da drinnen bin ich dann tot mit dem Panzer leider. Und bist du da drinnen tot mit dem Panzer? Weil dann irgendwie jemand C4 werft. Ach so, so böse sind die. Ja, manchmal. Der lebt doch nur noch. Ah, ich heiße es. Alter, das gibst du denn so an diese Debbie? Ach so, nur Pussy. Gibt's nicht. Mich will die vertragen. So, wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Wenn ja, dann bitte liken, kommentieren und abonnieren. Um keine weitere Folge zu verpassen. Oder ein neues Projekt. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß noch. Bis dann, euer Zockerpapa. und wie immer, tschöö.